das heißt das muss hier raus die spinne nimmt sich sicherlich den schmetterling die wölfe nehmen die schafe so und dann brauche ich rassistenfrösche störche zum beispiel also müssen irgendwo noch ein bild herkriegen wir jetzt mal ganz steif und fest behaupten ok hier war ich können mir vorstellen dass unten in der kiste das gemälde ist aufgesteuene höhe den kopf nicht treffen und Du steckst voller Überraschung. Was ist das? Mir geht es nicht weiter, wollt ihr mich verarschen? Das ist ungünstig. Was ist das für eine beschissene Säule? Alles klar, da sollte ich definitiv nicht lang. Schöne Falle, danke dafür. Scheiße. Ja kacke. Was ist das für eine Schöne? Nein. Ah. Blöd gelaufen. Damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet, ne? Ich würde mich gleich so hart begrapschen wollen. Uh. Oh. Ah. Ah. ja hier gab es halt auch nichts zum speichern in der tat sollte ich vielleicht jetzt vorher tun bevor ich da hoch latsche hier gab es doch keine möglichkeit irgendwas wegzumachen hier können wir ja schon mal also das nehmen wir mal nehmen wir auch auf die tür weiß nicht ob ich glaube nicht dass wir den großen etwas erfüllen kann davon gehe ich jetzt mal nicht aus erst mal speichern noch viel zu viele viecher wie viel munition habe ich 30 schuss hier wäre es halt gewesen ne für ein schuss für ein vieh brauche ich 5 treffer 4 waren es das sind schon allein 20 schuss dann bleiben immer noch 10 schuss für das vieh das wird wohl nicht reichen die tür ist vor allem zu und das vieh habe ich ja gar nicht mit eingeregnet so spannende geschichte jetzt das ist ja noch mal hartvoll gepanzert Ja, die hätte ich durchgehen sollen. Ich bin vor diesen Kreaturen hier reingeflohen, aber wo ist der Schlüssel mit dem Augensymbol? Der sollte doch hier irgendwo sein, in diesem Zimmer ist er jedenfalls nicht, er muss in der Nähe sein. Ja, der ist in einem Raum weiter an der Tür mit dem Goldenschlag, wo ich nicht reingekommen bin. Mein Gott, war ich dusselig, ne, als ich das wieder nicht gesehen habe. Wir sind los reingestorben. Hier oben ist der Raum mit dem Entbosskampf. Es gibt anscheinend noch mehr davon. Jetzt habe ich Bubbles an der... Äh, da dranne. An meinem Zweig. An meinem Zweig. Das konnte ich nicht lähmen. Na? Ich habe Leertaste gedrückt, aber nicht. Also entweder habe ich es nicht richtig gemacht. Oder er muss mich halt erst mal grabben. Fühlt sich das wieder auf? Ich glaube, er musste mich grabben. Okay. Wir hatten das Ding ja zugemördelt. Das war doch letztendlich... Da war doch ein Riss drin, der Wand. Naja, gar nicht. Okay. Ich habe das... Ich habe das Vieh gerade nochmal gelähmt. Jetzt weiß ich, wie es geht. Man darf halt einfach nicht noch mit der Pistole zielen. Alles klar. Gut zu wissen. Ein weißer Salbei. Kann ich damit machen. Das brauche ich also, um das wieder aufzuladen. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ah, einmal daneben geschossen, ne? Okay, jetzt würde ich das einfach mal nehmen. Oder wir warten einfach, bis wir den letzten verbraucht haben. Aber da füllt bestimmt nur eine Kugel aus. Hat wieder eine Kugel nicht gezählt, ne? Richtig blöd. Wie bereits dargelegt, hat eine Störung der Autoinduktoren in einem Mutamycet-Netzwerk eine destabilisierende Wirkung auf den Pilz. Dieser Effekt kann auch bei aus Pilz aufgebauten Organismen beobachtet werden. Jedoch verursacht eine Destabilisierung nicht wie beim Sklerozien eine zelluläre Zersetzung, sondern vielmehr eine bedeutende Verlangsamung der Bewegung, durch welcher besagter Organismus praktisch an Ort und Stelle bewegungsunfähig gemacht wird. Wenn andere Organismen sich in unmittelbarer Nähe zum Zielorganismus befinden, kann dieser Störeffekt sich ausweiten. Jedoch diese Reichweite ist äußerst begrenzt. Okay. Wenn jetzt der dicke Troll nochmal kommt, dann haben wir gleich ein ganz großes Problem. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nochmal kommt. Ah ja. Wieder ein Schuss nicht gezählt. Soviel zum Thema. Jetzt ist die Abfrage besser. Ist sie nicht. So, dann gehen wir mal runter. Können wir nutzen mal die Speichermaschine? Das ist halt die Frage, wer hat denn dann welche Maske? Ich bin dumm. Gut, dass ich so viel Munition habe, habe ich einfach nochmal reingeballert, weil ich aus dem anderen Phobia-Spiel noch gewohnt war. Man muss ja alles mit Blickermausstaste einklingen, was man bedienen will. Kann ich trotzdem das Bild nicht bekommen. Ist ja doof. Wahrscheinlich wieder irgendwas übersehen, ne? Könnte es vielleicht sein, dass ein Bild... Ein Bild vielleicht gar nicht angangen werden musste? Ja, aber dieser Irre und seine creepigen Freunde machen es mir nicht gerade leicht. Ja, kann sie kaum alle erledigen. Wollen wir nochmal probieren? Aber so eine Spinne frisst ja keine Frösche. Fehlt einfach ein Foto. Zumindest würde ich jetzt behaupten, dass eine Spinne keine Frösche frisst. Alles klar? Oh, du pfiffiges kleines Hähnchen hast es bis hierher geschafft. Die nächste Maske wirst du aber nicht so leicht in deine dreckigen Pfoten bekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bis hierher leicht war. Was ist das für ein Geräusch? Alles klar. Also wenn mir mein Zauberlehrling nicht irgendwie eine Waffe und alles mögliche herzaubern würde, wäre ich schon längst tot. Ich weiß nicht, dass ich davon schon zweimal gestorben bin. Ja. Das ist dann wohl Kunst. Willkommen in der Galerie der Verzweiflung. Eine wundersame Ausstellung jener Glücklichen, die mindestens eine Maske zu erobern vermochten. Lass deine Augen über die wenigen auserwählten Schweifen, deren letzte Momente der Verzweiflung für alle Zeit in diese Galerie festgehalten sind. Bezeuge an dieser Stadt des Lichts des Lebens aus einer anderen Perspektive. Ich denke mal, dass es wirklich nur eins auffällt. Ich mache das einfach mal. Und wir laden noch mal neu. Ach, Scheißdorf. So, rein nach dem Motto, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ah ja, Mensch. Erhang. Erschossen. In dunklen Tiefen ich taumelte, danach die Pfeile erschossen, zuvor am Galgen ich baumelte und ohne Rast und Ruhe daraufhin durch Schwertes Hand mein Blut vergossen. In dunklen Tiefen ich taumelte, danach die Pfeile erschossen, zuvor am Galgen ich baumelte und ohne Rast und Ruhe daraufhin durch Schwertes Hand mein Blut vergossen. Das ist halt Die Frage Wie hat